Ja, willkommen zurück hier, bei Battlefield 4 natürlich. Wir sind hier gerade am Damm und müssen den sprengen. Und ich glaube, das war nicht so geil, dass ich den Squad-Befehl erteilt habe, weil jetzt schießen die. Auf uns wird geschossen, wir haben noch nicht geschossen, was ist da los? Oder ich mach's einfach nochmal. Ja, wir machen's jetzt einfach nochmal und geben keinen Squad-Befehl. Vielleicht können wir das doch ein bisschen näher rankommen und nicht den Berg runter rennen und hier auf der Zielscheibe sein. Das machen wir jetzt mal ganz geschwind. Oh ja, erstmal mit dem Raketenwerfer hier in Ruhe rantasten. An die, an die Geschichte. Alter, nein, ich hab instinktiv wieder auf Q gedrückt. Verdammt. Okay, wir machen jetzt einfach Neustart-Checkpoint. Ich hoffe, das ist es. Ich hoffe es. Weil ich hab wieder instinktiv Q gedrückt. Weil bei Battlefield 4 hier im Multiplayer natürlich immer Q drücken, dann erst schießen. Sehen wir uns erstmal um. Gut, dann wissen wir noch, hier kommt der Erste. Der Erste, der dran glauben will. Und weg mit dir! Und der Zweite auch. Oder wir machen jetzt einfach Sniper-Mischen und holen uns alle von oben. Mit der SV-98 natürlich. Das könnten wir tun. Egal, der hat keine Muni dabei. Oha! Oha! Also mit der könnten wir es auch lösen. Ich glaub, das wär sogar besser. Hat der T? Ne, T hat er nicht drin. Ja, dann gehen wir erstmal den ersten Schuss ab hier. Den Zweiten auch gleich. Ist es ein One-Shot? Ne. Geklamm. Nein, das ist kein One-Shot. Aber hier können wir schon mal grob aufräumen, könnte man sagen. Aua! Au, ich krieg übelst auf die Fresse. Hoffentlich brennt hier nichts. Oh ja, geil, nicht getroffen. Oh, wenn ich hier so unter Feindbeschuss stehe, dann treff ich wirklich nichts. So. 22% erstmal nachladen. Wir haben hier genug Munition. Der ist down. Der geht mir eigentlich grad am meisten auf die Eier, glaub ich. Der Typ am MG. So, weg mit dir und mit... Ja, lauf ruhig hoch. Ich hätt' gedacht, der läuft weiter. Ja, egal, der Zweite am MG. Weg mit dir. Der hilft auch rüber, oder? Jeder will an sein MG und jeder kriegt auf die Fresse. Das ist jetzt ein bisschen zu weit oben. Guck doch jetzt mal raus hier. Der dann immer... Ah, wieder zu hoch. Sniping hier ist ein bisschen... ...gewöhnungsbedürftig. Wieder am MG, wirst du mich eigentlich verarschen. Oha. Er kann fast gar nicht mehr den Atem anhalten. Ah, wie ich immer drüber ziehe, das ist echt... Nicht... Nicht feierlich. Nicht feierlich. Ja, jetzt geht rauf. Dankeschön. Zu hoch. Zu niedrig. Oha, alter. Ein Magazin für einen. Das ist wirklich... ...ne schlechte Bilanz. Ja, jetzt können wir eigentlich vorrücken, Leute. Jetzt ist hier mal ganz grob aufgeräumt. Machen hier einen kleinen Cut in den Zaun. Aber daneben... ...erst mal auf die sturen Waffe wechseln. Und dann hier die Kacke erstmal aufräumen. Oh ja, läuft. Silber haben wir schon mal. Wann haben wir den Braunzip bekommen? Ja, weiß ich grad nicht mehr. Was ist denn der lang? Achso, der ist da auch noch. Gut. Dann, äh... Immer vorrücken, immer vorrücken hier. Oha, hinter mir. Wo ist denn du hergekommen? Da ist wieder ein Transport-Heli, ey. Zum Kotzen. Was? Oh nein. Was? Was? Ach ja, mit den MGs. Toll, schön für dich. Wo ist denn das MG? Hier, der Raketen-Lauscher. Geil. Danke. So, Munition, wo ist denn die? Ist die hier unten oder oben? Unter uns? Ja. Alles klar. Kommt jetzt aber nur oben rum, oder? Achso, hier ist ein Beton-Dingens. Ah, die laufen hier auch lang. Ah, wir müssen jetzt mal oben lang, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht wirklich. Ja, schaut gut aus. Wo laufen die lang hast du da lang? Okay, dann. Daugt wieder ein Typ am MG, ey. Das ist wirklich zum Kotzen, wie alle auf die MGs fixiert sind. Ja, dann läuft der nächste an zum MG, ey. Als ob das einzige ist, was die spielen könnten. Ja. Hinter mir. trifft er eine Granate, die dreckige Drecksaft. Drei Schuss. Erstmal nachladen. Ui da. Jetzt komm doch raus hier aus deinem Loch. Komm. Eier. Eier. Der wollte nicht down gehen. Sollen wir hier in den Aufzug rein? Ja. Doch, glaub schon. Oder? Oha. Was war das denn? Leute. Kommt hier nach. Hier sind wieder Gegner gespawnt. Ey, das ist zum Gefolgtwerden hier. Zum Verrücktwerden. Los, schieß ihn mir nur rücken, Mann. Hanna. Du machst dich hier echt nicht beliebt. Alles klar. Wir müssen jetzt direkt über der Stelle für die Primärladung sein. Hoffe ich. Hoffe ich. Irish, kommst du auch mit? Ich bin auch schon drin und warum lauft ihr wieder weg? Ui, das ist... Was ist das mit euch? Soll ich alleine runter oder was? Das muss ich dir lassen, Hanna. Du hast Ahnung. Jetzt sind die auf einmal drin. Personschutzagenten sind normalerweise nicht zur Felderfahrung. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ach komm schon. Da steckt mehr dahinter, als dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. Du hast aus. Okay, ich weiß. Mir sagst du eh nichts. Entschuldige. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Oh, ich verstehe. Ich war nicht immer in Jinjirs Sicherheitsteam. Ich hab mich freiwillig gemeldet und wurde versetzt. Wieso? Netter Versuch, Irish. Gönn mir auch ein paar Geheimnisse. Du würdest mir auch nicht alles über Tombstone erzählen. Das stimmt. Chang ist unser Feind. Und wir sind auf derselben Seite. Aber wenn das alles vorbei ist, wir gewonnen haben, wovon ich ausgehe, wird China mich brauchen. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und woher ich komme. Ich verstehe. Der Shit. Was ist der Teufel? Der Strom. Sie haben den Strom abgestellt. Ach nee. Wir haben hier keine Probleme. Alles, alles ist super. Alles ist fabelhaft. Ja, geil. Oh, ich seh das Fadenkreuz nicht. Oha, One-Shot. Geil. Die haut ordentlich rein. Was ist hier? Bomben platzieren. Oha, was ist das denn? Das ist kein C4 mehr. Eigentlich müsste das ein Double sein, Leute. Ich glaube, hier ist es trotzdem besser, mit der Sniper rumzulaufen. Alter, ja. Bewegt dich doch nicht so viel. Ja, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Sniper-Action. Ah, das ist kein Hut. Ich hätte gedacht, das wäre so ein Hut. So, weiter. Immer weiter. Weg mit euch. Hier weg. Wenn nicht jeder im Weg rumstehen würde, dann könnte man hier auch hier vorbeigehen. Ganz normal. Das große Rohr. Da kommt die zweite Bombe hin. Oh, hinter mir. Yeah, Gold haben wir auch. Sehr nice. Gut. Ähm, achso, hier lang. Bisschen irre. Da habe ich da Hunde gehört. Oder ist es bei mir? Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich bin ein bisschen irritiert. Komm schon los, beweg dich. Ja, wir bewegen uns doch. Ja, geil. Halt die Fresse. Wir müssen hier nicht rüber, oder? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt springe. Was? Was? Lieber nie. Ah, was ist denn das? Ich bin da rüber gesprungen. Oh, zum Kotzen. Der Anlauf, ne? Der Anlauf, ne? Den ich gebraucht habe. Der hat mir die Hände weggestimmt, weil der sich hinter mich gestellt hat. Die mag uns wirklich nicht. Das muss ich hier lassen. Die mag uns wirklich nicht. Ich rush jetzt. Ey, was ist das? Was ist das? Wie komme ich denn da rüber? Ich weiß es nicht. Noch einmal. Komm, los. Bring es zu Ende. Ja. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ja, ich will jetzt weitermachen. Ich werde erstmal schön die Leiter, die Ding weggespringen. Bring es zu Ende. Ey, da werde ich plötzlich. Ich werde da blockiert. Ich kann ja nicht da lang springen, wo es eigentlich optimal wäre. Ne? Moment. Moment. Ich weiß es wirklich nicht. In dem, äh. So wie das ausschaut. Hier kann ich. Wieso kann ich hier nicht durch? Was blockiert mich hier? Verdammte Scheiße. Ich kann auch nicht springen. Ich habe keinen Fallschirm dabei. Was ist der Kack, Alter? Wo muss ich denn die Scheiße da hinsetzen, ey? Ich habe keine Ahnung. Ja. Vielleicht müssen wir auch da gar nicht drüber. Ich weiß es nicht. Da oben sind die Wichser. Wo muss ich hier C4 hinsetzen? Ich weiß es nicht. Wen soll ich hochjagen? Wie soll ich sie hochjagen? Wo soll ich den Damm zerstören? Hier, drei. Wo soll ich das hinsetzen? Ich weiß es nicht. Was für ein Ding zünden. Ach so. Ja, super. Ich habe mir vorher gedacht, als wir die Bombe gelegt haben. Es ist doch kein C4, oder? Ich wollte da drüber springen. Coole Sache. Oh nein. 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 Ja, wo wir ans Land gespielt worden sind, das tut mir leid, aber das sehen wir erst morgen in der nächsten Folge, aber ich muss wirklich sagen, ich lege auch nicht so irgendwie auf Erkennungsmarken oder Waffen, sammle ich nicht ein weiß nicht warum, mag ich irgendwie nicht kenne ich nicht, ich wollte den Spielfluss nie so unterbrechen und die suchen oder so naja, okay, gut, bis morgen Ciao